Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 mit allen sechs aus dem Team Peacemeat. Hallo, fuck you, Peter. Wait, what? Warum? Ja, einfach so. Vielleicht bist du mein Gegner. Wollen wir schon mal hier abstecken, dass du fuck you bist. Und wenn ich nicht dein Gegner bin, sondern bei dir im Team? Dann sag ich love you. Ha, aber du hast ja schon fuck you gesagt. Ja, aber... Du hast mich schon betroffen, ich muss einfach voll auf dich gehen. Oh, nice, Sepp. Sehr gut. Okay. Besser gar nicht, der hat den da gevotet, Jay, was sagen. Wie, wer hat den gevotet? Ich hab gevotet. Nee, Jay, war das gar nicht. Hier ist der andere Primmel da gewesen, das war Christian. Alles klar, fuck you. Boah, das ist sogar ausgeglichen. Ein ausgeglichenes Team. Warum ist das denn ausgeglichen? Wie hab dich im Team, Hardy? Ich weiß noch nicht, ob das vor ausgeglichen ist. Ich hab mir jetzt die Baby Peach genommen mit minimalem Tempo und maximaler Beschleunigung. Nee, wahrscheinlich dann gut ab, oder? Alter, das wird gar nicht so easy, glaub ich, die Strecke hier. Ja, Jay hat erstmal... Ich bin schon... A und O sind hier maximale Haftung. Scheiß, das find ich schon nicht weit. Ah, nein, ich wusste nicht, dass das passiert. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin mit wem? Wie, du bist raus? Was, im Spiel? Nee, raus von der Strecke. Raus von der Strecke. Oh Gott! Alter, werden mich schneller wieder am gerannt. Oh, shit. Achso, ich glaub, das war ein Gegner. Alles cool. Ein Gegner, ich hab's nicht berührt. Nee, das ist sowas von zu schnell. Alter! Drei rote helfen schon mal. Der ist der Pelle aufgehalten. Wie du Christa hast, ne harte Verfolge. Alles klar, sie losgemacht haben. Ja, dann sag doch, wenn du mich überholst. Willst du mich verarschen? Wie, willst du mich verarschen? Oh, wer fährt denn mir rein? Drei rote, ja? Und ich bin vor dir. Und frag, wer er als zweiter ist. Als zweiter. Und dann überholst du mich und schießt das ab. Ich war zweiter, du warst dritter. Alles klar. Und zwiszt bei euch, find ich gut. Ja, direkt hier zwiszt, das ist gut. Zepter ist dein Team. Nein, ich bin rot. Ja, und Peter und Bram auch. Nee. Alter, wo fahr ich denn hier lang? Ich bin üblich, ja? Alter, wo fahr ich denn hier lang? Ey. Jo, goldenen Pilz. Alles klar, ich fahr mal gegen jede Wand. Ja, ich auch. Boah, Alter. Boah, ist das übel. Ich würde sagen, wir sind zweiter, ne? Ich würde sagen, ich bin glorreicher Letzter. Ja. Das ist gut, ey. Wow, ich bin fünfter geworden. Erste Runde, das sieht doch schon mal gut aus. Haha, Jay, du bist so ein Noob, Alter. Sehr gut, Team. Was willst du denn? Sehr gut, Team. Ich hab doppelt so viele Punkte wie du, ey. Wow. Oh, shit, ey. Wow. Wow, Adi. Da befindet euch über den Blick für diese 200er-Dinger, ey. Was für ein Überblick, Peter? Du musst nur die Strecke fahren. Und deine Gegner nicht abschießen. Ach, die Gegner. Du schießt einfach alles ab, Peter. Es ist halt, du bist bei mir im Team, ne? Ich wäre vorsichtig mit solchen Aussagen. Das ist okay, ich flame dich auch nicht. Fuck you. Fuck you. Das ist okay, ich flame dich auch nicht. Hallo. Hallo. Peter, wir sind doch Kollegas. Du kannst gerne mit mir machen, was du willst. Hey, Sovelens. Okay. Endlich. Peter, so wie damals, ne? So wie damals. Was? In eurer Wohnung. Kommt euch die an. Ja. Ekelhaft. Wer hat's eigentlich von euch da in den Po bekommen, von euch beiden? Abwechslend. Abwechslend, ne? Ja, okay. Du musst ja fair sein, mit Gleichberechtigung. Ja, echt. Sexuell, sexuell. Komm, hier vollst bei Leitern jetzt hier, so, Bäm, Rakete und so. Oh, shit. Dagegen wir fahren, aber gut. Aber H.D. ist ja wenigstens abgeschmissen. Aber auch nicht. Auf wem hab ich jetzt gerade rasiert? Ist nur ein Vampir. Ja. Nicht in die Banane! Ein guter Tag, die einfach kacke ist. Oh. Scheiße. Boah, feichsche... Oh. Ach nee. Achso, alles klar. Das ist cool. Da hab ich jetzt gar nicht mal drauf geachtet. Vorsicht. Oh, 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 oh. die schlicht nicht aufs haar gerade alter und die ohne loll was war das denn ich kann auch mit der rakete an dann hast du deinen shit da gemacht hast du schon wieder eine rakete gehabt schon wieder war stimmt ich bin ich rot ja ich bin rot wer ist denn hier gerade vor mir verschwunden das ist schon wieder eine rakete ich habe schon wieder eine rakete hat die vorsicht kommt ihr mit geilen rakete bringt ja auch der karte irgendwie so halb nur scheiße hat hier dann fehler gemacht da kommt auch noch rakete nein und ich auch doch mal wieder anhaltend nein ja fuck off peter ja da ist peter noch erster vom ersten auf den fünften so lächerlich alter mein team ohne scheiß macht gar keine punkte immer noch weniger als unser schlechtes da aber große ja nicht schlecht ist er sondern christian hat hier weniger punkte als sepp ihr lappen und du und du ich habe ja nicht so schlecht ihr meint weißt du chris und hd macht so keinen spaß wenn man so team spielen muss wenn ihr immerhin einfach schlechter sein als sepp du weißt was gleich passieren wird wenn du mit christian zu redest ne? er wird auf dich gehen. was ist denn? was ist denn? was ist denn der ende? ja 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 ich habe jay gemutet. qualifizierten kommentaren hört er eh nicht zu. dann bist du der jay da auf nicht. du würdest er recht? ach komm weil es so schön war. ach ja ich finde auch noch mal. da war so lustig. Ich hab gerade nicht geguckt was kommt ich glaube meine map ja das ist cool ich glaube ich hoffe du bist letztes mal voll gut drauf gefahren aber wahrscheinlich ist man nicht Speed und der hat den ersten Fehler jawoll Alter Alter wie schnell ich da war Mega Concentration ach come on Alter ich bin Alter machen das jetzt das war ein Hit wird mal geschmeidig letzter du Ficker oh shit schon wieder runtergefahren ja ganz easy hier Verpiss dich doch du scheiß Fick Huren Wichs Stein ey oh Gott wer hat denn bitte den blauen gekillt den hab ich vorher gekillt hoch oder? Ach komm fuck off ganz ehrlich du kannst mit einem goldenen Pilz nicht mal bremsen ohne Witz ja wer hat denn jetzt den grünen nach hinten geschossen? Oh Leute Pidda Rakete oh Gott ist dir runter gefallen Nein da Mario nur so ein Fehler fuck lol Alter was war das denn jawoll Chris danke Ach jetzt eh auch so okay sehr gut Jawoll ding ding jawoll Ach man dieser scheiß Stein ey der soll sich doch so was von ins Knie picken Alter Läuft bei uns Hammer wie bald ich mal so ein Lappenteam weißt du weniger als 7 Punkte weißt du das macht auch kein Spaß so was Haha Ja da ist mehr Einen 2 Ne 2 Boah ich bin richtig scheiße Boah ich bin richtig scheiße Boah Peter du bist gut Peter du bist gut Peter was kommt nachdem Ich war's mir gerade mega verwirrt und Peter hat halt mehr Verstand als Glück Das war so geil Hahaha Ja gut Boah wir nehmen hier Boah Jay nimmt mir wieder so eine W-N-A-T-M-M-M-App-Wetten Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ich sag erstmal Hallo Ich sag erstmal Hallo Weil ich bin grad zum ersten Mal hier Konnt ihr gar nichts sagen Frech Voll die Ehre hier zu sein Komm schon Komm schon Jawoll Double Sorbeland Hi liebe Leute habt ihr die Hälfte auf Sorbeland gesehen Da freut ihr euch richtig Ja die haben die Map Die haben doch sowieso schon alle Maps gesehen Die kennt ihr ja doch nicht Kommt ja auch total auf die Maps an Klar Ja auf der ist Hadi am schlechtesten Richtig Da muss die mal üben Warte was du letzter hier Laber doch keinem Blutsch Ich hoffe Achso Stimmt da war ich letzter LOL Dankeschön Ach komm jetzt hat mich einer richtig hart weggesnippert Glippert 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 Oh da werden sie abgesniggert Uhhh Ups Ja wieso hab ich denn hier zweimal getroffen Was ist das denn Und dann haben wir die Banane Ja der Hadi Ach komm komm Fitter Ne ich bin dritter Ja Ok 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 Jawoll Fuck you Ok Wiii Jetzt gehen wir mal hier richtig Ja Falls ich es weiter hätte Harkas Da hab ich leider ganz wieder gemacht Oh Das war ne richtig netter Bumerang Oh noch ne Rakete Wuuu Oh man da kriegt der schon wieder ne Rakete Die Raketen fallen total scheiße hier auf der Map Ich krieg nie Raketen Oh Gott Okay Hadi ist jetzt weiter Irgendwie wurde Christian abgelöst Ich weiß nicht ganz woher das hier ist Ja die hat mich runtergeschmissen Ich bin der in Labe oder nicht Natürlich Hab ich Ja Da war es aber keine Abzug Ja ich weiß Da hat der schon wieder ne Rakete Willst du mich verarschen Mujey Ach du hast mir das alte geklaut mit deinem scheiß Ding da Ach die behinderte Fickbanane Jawohl Hab ich dir auch noch richtig geile Banane reingedrückt Ach scheiße Oh Gott schon wieder ein letzter Oh Gott ist das schlecht Der ist noch eine stecke heute Der ist noch eine stecke heute Hammergeil Hammergeil Neiii Und dann bin ich noch J Das ist immer mehr punkter als J Boah ihr Lappen Wie kann man denn weniger punkte haben als Zep Ja Jep weniger punkte als Zep Boah ihr seid so kacke Oh shit ey Hadi ey Maulheil Jaaa Applaus von Lakitu Das ist ja gar nicht da Okay Wir haben uns das hier nochmal genauer Ne 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 Schlechtes da mit 9 Punkten Gibt ja nur 1 und 2 Hät Lakitu überhaupt noch Pocker zu applaudieren Gingen wir wenigstens in den Pokal Ich hab schon wieder von mir abgeholt Den steht doch Also den hast du hier links Krass mein erster Goldpokal in meinem Leben hier Ja Sepp den hast du dir aber auch verdient Du hast mehr Punkte als J und Hadi Und genauso viele wie Chris Das passt schon Das ist schon okay ne Ein Soder Red Ich danke viel mal fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Haut rein Tsch Es Ciao